5. Der echte Hof Sie müssten nun wieder zurück in dem Hof, der auf Abbildung 5 zu sehen ist, sein, von dem aus wir vorhin in den Graben hinabgestiegen sind. Bleiben Sie hier am Ausgang stehen und lassen Sie Ihren Blick noch einmal über den Graben zum alten Kern der Burg schweifen, der gerade in Flammen steht, während ich Ihnen erzähle, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Nicht etwa ein feindliches Heer, sondern der Burgherr selbst sorgte für die größte Zerstörung, die die Burg seit ihrem Bau erleben mußte. In einer kalten Februarnacht im Jahre 1572 hatte sich Fürstbischof Friedrich in seine Räumlichkeiten im Palast zurückgezogen. Er war ein Bücherwurm, der abends oft noch in Briefen und Unterlagen stöberte. Als er zu Bett ging, unterlief ihm beim Verlöschen seiner Schreibtischkerze ein folgenschwerer Fehler. Bald brannte der vor Unterlagen überquellende Schreibtisch lichterloh und der schon schlafende Bischof konnte in letzter Minute von seinen Dienern gerettet werden. Schnell griff das Feuer auf andere Räume über. Weil nicht genug Löschwasser herbeigeschafft werden konnte und die Gebäude damals noch aus Fachwerk erbaut waren, breitete sich der Brand schnell aus. Zur damaligen Zeit gab es in der Burg schon fließendes Wasser. Von Höchberg aus, das, wie der Name schon sagt, Höcher am Berg liegt, floß gesammeltes Quellwasser durch eine lange Bleileitung fast dreieinhalb Kilometer weit zur Burg. Bei Bauarbeiten stieß man im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder auf alte Wassersammelschächte und Rohre. Durch den strengen Winter waren Zisternen und Sammelbecken aber zugefroren. Der zur Stadt hin zeigende Fürstenbau und ein Teil des Südflügels, an dem wir vorhin im Graben entlang gelaufen sind, brannte ab. Die Burgbesatzung schaffte es gerade noch rechtzeitig ein Überspringen der Flammen auf das alte Zeughaus, das von uns aus gesehen rechts der Brücke hinter dem Graben liegt, zu verhindern, indem sie Gebäudeteile einrissen. Das hätte zu einer Katastrophe geführt, denn dort lagerten Geschütze mitsamt Schießpulver. Aber auch so war der Schaden enorm. Der Fürstbischof mußte hinunter in die Stadt in seinen Herrenhof ziehen. Dort verstarb er schon wenig später. Bei dem Brand wurde auch die Bibliothek der Burg zerstört. Die Gewissheit durch sein Handeln, so wichtige Dokumente Frankens und unzählige wertvolle Bücher unwiederbringlich zerstört zu haben, fiel dem Greisenschriftgelehrten sicher schwer zur Last. Sehen Sie das Beckenschreck links von Ihnen in der Hofmitte? Gehen Sie darauf zu und sehen Sie es sich genauer an, während ich Ihnen erzähle, wie es nach der Feuerstbunst mit unserer Festung weiterging. Im Jahre 1573 wurde der neue Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn in sein Amt gewählt. Stück für Stück ließ er die durch den Brand stark beschädigten Gebäude im Stil der Renaissance wieder aufbauen und erweitern. Schon 1579 ließ Echter einen neuen Südflügel mitsamt Bibliothek errichten. Um 1600 baute man nach einem weiteren Brand den neuen Nordflügel und den Marienturm. Damit war das Innerste der Festung so gut wie rund erneuert. Dann kümmerte sich der bauwürdige Bischof um den Hof, in dem wir jetzt stehen und, den man nach ihm, den Echterhof nennt. Hier waren die Stallungen für die Pferde untergebracht. An der Wand links hinter ihnen sieht man noch gut die ehemaligen Eingänge und die kleinen Fenster. Auch die steinernen Pferdetränke erinnern noch an den Zweck dieses Hofs. Das große, fein umrandete Becken ist die Pferdeschwemme der Festung. Hier konnten die verschwitzten Reittiere vom Staub befreit werden und die schmerzenden Muskeln kühlen. Dieses Becken wurde mit Wasser aus der Bleileitung versorgt, über die ich Ihnen schon berichtet habe. Der Fürstbischof baute diesen Vorhof zur Wehranlage aus und verlegte den Eingang durch den neu errichteten Schildwall auf der westlichen Hofseite, den die Würzburger die Echterbastei nennen. Von hier aus wirkt diese Verteidigungsanlage gar nicht kriegerig. Und so werden Sie sich fragen, womit sie den Namen Bastei verdient hat. Diesen Gedanken werden Sie aber schnell ändern, wenn Sie das Gebäude von außen gesehen haben. Sehen Sie das rot umrandete Rundbogentor mit dem blauen Wappen, durch das Sie auf dem Heerweg schon gekommen sind? Bitte begeben Sie sich durch dieses Tor in den nächsten Hof, während ich Ihnen noch ein wenig über den berühmten Würzburger erzähle. Fürstbischof Julius Echter kam schon ungewöhnlich jung zu seinem Hohen Amt. Neben dem Ausbau der Festung ließ er aus seinem Privatvermögen ein Hospital für Arme unten in der Stadt errichten, das nach seinem Gönner benannt ist. Seinem Julius Spital vermachte er auch Wälder, Felder und Weinberge, damit es fortan unabhängig wäre. Trotz der vielen Neubauten schaffte er es, in seiner Zeit das Bistum aus den Schulden zu führen, ohne dafür die Steuern zu erhöhen. Doch der Kirchenmann hatte auch seine Schattenseiten. Um das Julius Spital erbauen zu lassen, musste ein jüdischer Friedhof zwangsenteignet werden. Einen unschönen Nachgeschmack hinterlässt der Name Echter auch im Zusammenhang mit Hexenverfolgung und im Raum Würzburg. Schon zu seiner Zeit nahmen die Hexenprozesse in der Gegend stark zu. Seine Nachfolger übertrafen ihn aber noch. In den 1970er Jahren wurden bei Bauarbeiten für die Marktgarage Reste der Scheiterhaufen aus dieser dunklen Zeit ausgegraben. Dort, wo früher neben der Marienkapelle der Richtplatz war. Weiter geht es mit Kapitel 6.